Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu, also gerne abchecken. Es geht Leute und Herzlich Willkommen mal wieder zu einem kranken Icon-Fooddraft, Leute. Bleibt bis zum Schluss dran, es schmeckt mal krank, Leute, ich sag's euch. Schreibt gerne in die Kommentare, Leute, was euer Icon-Rekord ist. 6, 7, 8, 9, 10, 11, vielleicht hat einer das volle Icon-Draft gepackt. Schreibt's mir gerne rein, falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glockaktivieren, TE einschalten, macht die 3 Likes voll, ich hoffe es doch. Und ja, abonnieren, Glockaktivieren und so weiter, klingt das Ganze. Und dann würde ich sagen, starten wir ins Video, let's go! Leute, hört euch gerne meine Songs auf Spotify und allen anderen Streaming-Plattformen. Until FIFA Gaming heiße ich dort oder auch MrBeer, wisst Bescheid. Hier sind alle Songs, jeden Donnerstag um 23.59 Uhr kommen die Songs hier neu online. Das heißt, ihr kriegt die Songs hier auch schon immer vor den YouTube-Videos. Das heißt, geht schon mal gerne vorbei. Hier sind Songs online, die ihr vielleicht noch gar nicht gehört habt. Zieht sie euch rein, klickt irgendeinen Song an und macht hier unten rechts dieses Dauerschleife-Symbol an und pumpt den Song den ganzen Tag, die ganze Nacht durch. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, macht ihr einfach euer Handy leise, den Sound leise und lasst den Song weiter den ganzen Tag und die ganze Nacht durchballern. Ich hoffe es doch, danke euch. So, 4-3-3-Formation auf 5-2-2-1. Das ist immer so eine Krise, ey. Die sind beide gut, ne? Wir nehmen 4-3-3 mit. 5-2-2-1 ist auch manchmal gut, aber 4-3-3 haben wir halt die 3 ZMs. Und das ist schon mal nice, denn einer davon ist Zinidin. Cedan hat 690er-Drock bei Rivaldo. Und George Best, alle geil, Alter, muss ich sagen. Fick hier. Was macht Fick hier? Ich hab keine Ahnung. Wir nehmen sie damit, Leute. Wie immer, checkt noch gerne meinen Shop aus, ne? Nice Designs in Rot, Blau, Orange und Grün in den 4 Farben. Checkt sie gerne aus. Käsen, da ist ein Dornbeutel, nice LED-Lampen auch hier beim Start, ne? Handyöl, auch wie immer dabei, Leute. Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis Autogrammkarte. Gibt's auch noch. So, aber Bestellung dazu. Checkt's aus, wenn ihr Lust habt. Ich danke euch. Äh, 3 Chemie bislang, Alter. Läuft bei uns. Weiter geht's, rechte Seite mit... Oh, Carlos Puyol. Boah, Valencia, Alter. Hm. Was ist die Frage jetzt? Valencia oder Carlos Puyol, Alter? Carlos Puyol hat halt nur 86, ne? Den gibt's nur als 91, als 93er sogar, ne? Valencia hat 91. Wir nehmen Valencia mit eigentlich kranke Werte, ne? Ich wusste zum Beispiel gar nicht, bis jetzt, ne? 90 Stärke, dass, wo er diese Special Card bekommen hat, dass der noch spielt, Alter. Ich hab auch gar nicht mitbekommen, dass er... Erstens hab ich nicht... Doch, das hab ich mitbekommen. Menjo hat ja den Vertrag nicht verlängert von dem. Aber ich dachte, der hätte danach aufgehört, Alter. Ohne Scheiß. Ich wusste nicht, dass der da noch irgendwo spielt, Alter. Krass. Aber geil, Alter. Freut mich. Freut mich zu sehen, der Valencia. Äh, wir nehmen Paul Pogbamitz. Ist okay. Leider keine Icon. Schade. Aber gut. Kann man nix machen, Leute. Kann man leider nix machen. Prens, Sergio Ramos. Auch keine Icon. Jimnest, Varane, De Vrij und Thiago Silva ist auch noch dabei. Äh, nehmen wir Sergio Ramos mit. Was soll der Geiz? Okay, linke Seite. Gönn nochmal was. Am besten ein Icon. Ja, Wendell, Taglefico, Bernhard, Kolarov. Hm. Naja. Gut, wir nehmen Bernhard mit. Der Highest Rated. Wendell sieht zwar geil aus, die Karte. Winter, Reap, Rash sieht auch geil aus. Aber Bernhard ist besser mit 85. Okay, ZM. Das muss jetzt ein Icon werden. Ich will hier nur mein Icon sehen. Come on. Jawohl. Steven Gerrard, Alter. Geile Sache. Prime Icon Moments von Steven Gerrard. Das ist fresh. Sehr, sehr fresh. L.A. Gellig. Das stimmt, war da auch noch ein Jahr. Na 38 Spiele, 5 Tore. Geist so schlecht, Alter. Geht so geächt. Okay, Steven Gerrard. Dritte Icon, Leute. Ah, nee, zweite. Ah, ich habe Puyol nicht mitgenommen, Alter. Scheiße. Da muss jetzt die dritte Icon kommen. Come on. Innenverteidiger, bitte. Irgendeiner. Irgendeiner. Es gibt so viele, Alter. Mann, ey. Kann doch nicht wahr sein. Scheiße Kilini. Und Gulli Bali. Und Manolas haben wir auch noch, Alter. Waran haben wir auch noch. Der erinnert mich an irgend... An wen erinnert er mich, Alter? Ich weiß nicht, Leute. An irgendjemand erinnert er mich? Ich weiß nur nicht an wen. Hm. Keine Ahnung, Alter. An irgendeinen YouTuber-Streamer irgendwie sowas? Ich weiß aber nicht, wer, Alter. Schreibt's mal rein. Ähm. Vielleicht auch nicht, Alter. Vielleicht habe ich auch jemanden anderen im Kopf. Ich weiß es gerade nicht, ey. Schreibt's mal rein. Falls euch Manolas an irgendjemand erinnert. Wenn ja, an wen? Schreibt's rein. Ich bin gespannt. Oplak. Es ist hier Regulier eigentlich gut. Aber Oplak nehmen wir mit. Ja, Loris ist lost. Ja, wir nehmen Oplak mit. War auch lost für die Chemie. Okay, wir haben noch die drei Stürmer, Alter. Komm, einfach jetzt drei Icons rausballern. Dann haben wir fünf nach der Startelf. Hier kommt eh Garincha, der immer kommt. Jawohl. Der kommt auch immer auf Platz fünf. Immer. Immer Platz fünf Garincha. Ohne Witz. Immer der Letzte. Aber damit... Mit Garincha kannst du immer sicher... Da kannst du immer sicher drauf hoffen. Der war nur in Brasilien, ne? Oder wo ist Alaria? AC. Olaria AC. Keine Ahnung. Hat er im Brasilianischen Nationalmannschaft 50 Spiele nur gemacht. In elf Jahren, Digga. Ja gut. Obwohl früher war es so, früher gab es noch nicht so viele Nationalmannschaftsspiele. Mittlerweile sind ja zehn... Ich sag mal so... Der hat doch fast schon zehn Spiele pro Jahr. Wenn irgendwie Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ist, sind ja 15 Spiele. Je nachdem, wie weit du kommst. Deswegen früher waren es vielleicht drei, vier, fünf Spiele pro Jahr. Plus EM und so WM. Gab es damals EM eigentlich schon? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Am Anfang wahrscheinlich erst mal ein paar Jahre nur die WM. Ich weiß nicht, wann es das erste Mal eine EM gab. Wrights, Cruyff und Eusebio. 94 Cruyff. Hat Cruyff eigentlich eine Prime Icon Moments Karte, Alter? Das ist eine gute Frage. Sehr, sehr gute Frage, Alter. Er ist schon krank. 95er, aber müsste er eigentlich. Er hatte letztes Jahr auch, Alter. Egal, wie dem Cruyff mit, Leute. Okay. Ich habe ja gesagt, vorne alle drei Stürme. Bin ich zufrieden. Garincha war safe. Stürmer ist eigentlich nicht so safe. Linker Stürmer ist eigentlich safe. Da kommen eigentlich immer Barnes. Manchmal Ronaldinho und so. Aber Barnes ist eigentlich auch... Barnes kann sich verlassen. Der ist immer dabei. Scheiße, wir haben immer Ronaldo, ne? Mann, Alter, aber... Barnes ist die fünfte Icon. Ich habe schon Puyol nicht mitgenommen, Leute. Deswegen nehme ich jetzt Barnes mit. Ich hoffe mal, dass wir Ronaldo noch irgendwie als 99er kriegen. Wäre geil. Ich glaube, wird schwer, aber wäre geil, Alter. Machen wir es erst mal so. Sind wir noch ein bisschen mehr Chemie hier. Äh... Und das bringt erst mal nichts. Na gut, dann lassen wir es so. 92er Bewertung, 92er Chemie. Kann man mitarbeiten, würde ich sagen, oder? Ist in Ordnung, Leute. Nächster Icon, leider nicht. Royas ist am Start. Oder Rojas. Den können wir mit Valencia linken. Ist jetzt auch nicht so Baba-mäßig. Aber... Ist besser als Pogba. Und dann können wir das Ganze hier so machen. Zack. Bringt zwei weniger insgesamt. Toll. Hätte ich mir auch direkt sparen können. Aber okay. Was soll's. Egal, dafür haben wir einen 90er anstatt 88er-Rate drin. Ist jetzt nicht so krank, aber ist okay. Silberspieler ist natürlich geil. Danke. Mut haben wir am Start. Freshe Sache, Alter. Drei Spieler noch. Gönn doch mal was. Come on. Bitte. Ronaldo ist nice. Deswegen habe ich eben Ronaldo nicht mitgenommen, Leute. Dann haben wir ihn doch. Dann können wir Barnes vom Ding hier auf Linksverteidiger stellen. Oder auf die Innenverteidiger-Position. Wir nehmen Ronaldo Mietz. Zack. Kommt hier oben rein. Erstmal einen Chemie-Punkt weniger. Ja. Müssen wir mit leben, Leute. Acht Chemie würde der hier mehr bringen. Na gut. Dann machen wir es erstmal so, Leute. Bringt jetzt nichts, wenn wir den auf links stellen. Bringt der halt gar nichts. Gar nichts. 92er Wertung. 96 Chemie, Leute. Gefällt mir. Komm mal, nächster Icon. Jawohl. Zap. Uh, nice. Uh, der gab fünf Icons. Let's go. Ach, scheiße. Ronaldinho. Eigentlich wäre Nesta gut, ne? Hätten wir mal einen Innenverteidiger-Icon. Carlos Alberto wäre genauso gut. Hätten wir uns aber auch Valencia sparen können, ehrlich gesagt. Ich glaube, der ist gut, Carlos Alberto. Bringt nämlich nochmal drei Chemie mehr auf der Rechtsverträger-Position. Ne, bringt sogar sechs Chemie mehr. Nehmen Carlos Alberto mit, Leute. Ist besser als Nesta jetzt vom Rating her. Ein Punkt. Zack. Das ist die sechste Icon, ne? Die sechste ist richtig. Ja, sechs Icons, Leute. 192er bislang. Ist fresh, ey. Äh, gut. Das bringt nichts. Oh, so können wir es machen. Okay, das ist nice. Leute, 93er-Wertung sogar. 93er-Wertung, 98 Chemie. Wenn das nicht nice ist, dann weiß ich es auch nicht. Come on, nächste Icon. Come on. Come on, Zanetti. Luis Figo. Oh, warte mal. Zanetti müsste, glaube ich, sogar nochmal ein bisschen mehr Chemie als Barnes bringen. Oder wir stellen hier hin. Das kommt leider auch selbe hinaus. Aber sieht fresher aus. Oder warte, hier einfach. Ne. Sieht fresher aus, wenn wir da noch ein Icon drin haben. Und so sind wir auf 99, Leute. 99. Wir könnten den noch reinpacken, aber bringen sieben Chemie erstmal weniger. Aber vielleicht kommen wir auf 94. Warte, wir machen es mal. 94er-Wertung. Nö. Schade. Egal. Wir bleiben bei der 90. Alter, wo wir ein Silberspieler haben. Komm, nächste Icon. Bitte, bitte. Oh, Liga. Oh, Alter. Scheiß, die waren an fünf Icons. Lehmann wäre gut. Bringt uns aber halt gar nichts. Also von daher, äh, Ronaldinho. Was soll's? Okay, warte mal. Was sollen wir jetzt machen, Alter? Scheiß, Mann. Ich weiß nicht mehr, was ich hier noch machen soll, Leute. Ronaldinho als zentralen Mittelfeld wäre mal ganz nice. Na gut, so sind wir auf 92. Chemie. Aber wir kommen nicht auf eine 94er-Wertung. Aber warte mal. Warte mal, warte mal. Vielleicht, Junge, hätten wir die Silberkarte nicht, ne? Ohne Scheiß. Save auf eine 94. Kann nur wieder nicht wahr sein, ey. Unfassbar, Leute. Wir packen es nicht. Ah, vielleicht Valencia, Ramos. Nö. Nö, wenn diese Scheiß-Silberkarte nicht da wäre, wären wir in Save auf eine 94. Aber gut, kann man nichts dran ändern, Leute. So ist es halt. Nächster Icon, komm. Oh, 95er Messi. Ist sogar besser als Garincha, Alter. Scheißdreck, ey. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt, aber jetzt müssen wir auf 94 kommen, oder? Ey, Leute. Wir kommen wieder nicht auf 94. Das kann doch nicht wahr sein, ey. WTF, was sollen wir hier noch machen, ey? Die Spieler sind zu heftig. Modric auch noch am Start. Und Gattuso, Junge. Digga. Was ist hier los, Mann? Let's go, Alter. Gattuso. Schmeckt mal wieder richtig. Bringt uns nur leider auch gar nichts, Alter. Wie viele Icons haben wir im Start? Die Junge ist doch nicht mehr normal. Ist doch nicht mehr normal, Bruder. Aber wir kommen so nicht auf 94, Alter. Das ist traurig, Alter. Kann doch wieder nicht wahr sein, ey. Das ist traurig, ey. Der Junge, sie macht sich nice. Oh, Mann, Digga, ey. Wir sind aber immer noch auf 93, Leute. Könnte, könnte ein 193er werden, Alter. Könnte sowas von 193er werden. Hüt, Kongolo, Henrys, äh, Quadi. Letztens zwei Spieler, come on, Alter, bitte. Oh, was ist das jetzt? Was kommen jetzt? Wie viele Spieler, Alter? Oh, oh. Digga, Van Dijk, Alter. Okay, ich hab mich nie beschwert, Leute. Ich hab nix gesagt. Wir hätten vielleicht besser Lehmann mitgenommen, ey. Weil Lehmann wäre vielleicht sogar wichtig geworden. Jawohl, wir haben Van Dijk. Den für Messi. Digga, bringt nur einen Chemiepunkt. What? Was ist denn da los, Alter? Bringt einfach nur einen Chemiepunkt, ey. Kacke, Mann. Ey, könnte jetzt wirklich sein, dass wir diese, äh, Toyota-Icon wirklich gebrauchen hätte können. Den Lehmann-Strakosch an neues Bildmaschine. Ey, shit, ey. Na gut, wir schauen erstmal ganz kurz, Leute, auf was für ein Gesamtrating wir hier noch kommen. Weil unsere Bank stabil ist. Unsere Bank ist richtig stabil, Alter. Wir haben noch 92, Alter. Krass. Oh, shit, Alter. Die Bank ist nice, 92 immer noch. Also, wir könnten noch 93 kommen, aber sieht irgendwie nicht da raus. Digga, ich muss mich jetzt verarschen. Wir kommen nicht mal auf 93, Alter. Come on, ey. Deine Ernst. Doch, 93, Leute. Okay. Müssen wir nur noch 100 Chemie rausholen, ey. Pass auf, Alter. Müsste eigentlich machbar sein. Aber nicht so, Alter. Haben wir nicht eben einmal 100 Chemie sogar? Ich weiß nicht mehr. Wir hatten einmal 99 Chemie. Wie war das denn? Digga, wir haben hier die 99 Chemie. Ah ja, warte. Wir haben noch Ramos, Alter. Da bin ich komplett lost. So, wir haben noch Ramos. Wir haben noch Van Dijk, der uns nicht bringt. Der uns gar nichts bringt. Wie hatten wir das denn jetzt eben hier? 6. Digga, bin ich lost? Wie waren wir denn auf 98 Chemie, ey? Bin gerade komplett am Ende hier. Äh. Ich weiß echt nicht mehr. Ach, warte mal. Wir hatten so. Und hier links. Ne, Digga. Bin ich lost oder bin ich lost? Wie haben wir das denn, Leute? Wir hatten es doch irgendwie mit besseren Spielern. Weil so kommen wir nicht auf das 93er Rating, Alter. Kann doch nicht wahr sein, Leute. Ich bin gerade komplett lost, ey. Vielleicht kommen wir so auf 93, aber sieht nicht dann aus. Nö. Hä, Digga. Ich fasse es nicht. Leute, wir müssen mal ganz kurz schauen. Äh, wir sehen uns gleich wieder. Weil irgendwie, weiß ich nicht. Ach so, warte mal. Ronaldinho, Digga. Der ist hier komplett lost, ne? Ronaldinho ist komplett lost, Alter. Gattuso muss da rein. Und dann. So, genau so hatten wir es, Alter. Aber trotzdem kommen wir nicht auf 93, Alter. Das kann nicht dein Ernst sein. Digga. Ich fühle mich verarscht langsam hier, Alter. WTF. Wir kommen nicht auf 93. Was? Alter, halt small, ey. Ohne Scheiß. Kann doch nicht wahr sein, Leute. Ey, traurige Sache. Das war's, Leute. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht, Leute. Ich schaue nochmal kurz, aber ich glaube, wir schaffen es nicht. Leute, es reicht nicht. Ich habe gerade nochmal alles rumprobiert. Ey, das kann nicht wahr sein. Das ist so knapp, ne? Es ist so knapp, Leute. Es ist trotzdem ein geiles Draft, Alter. Richtig geiles Draft geworden, Leute. Lasst gerne ein Like, das gerne ein Abo, oder falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glock aktiviert, täglich einschalten. Wir hatten es irgendwie anders eben. Wir haben eben sogar noch einen Chemie-Punkt mehr gehabt. Ich könnte es jetzt wieder umstellen, was auch scheißegal. Wir kommen eh nicht auf einen 193er. Richtig bitter, Leute. Lasst gerne ein Like, das gerne ein Abo, oder falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glock aktiviert, täglich einschalten. Macht die drei Likes voll. Ich hoffe es doch. Neun Icons am Start, Leute. Neuer Rekord. Check noch gerne ein Shop aus. Nice Designs. Orange, blau, rot, grün in den vier Farben. Kiss and Tazen, Turm, oder? Nice. LED-Lampen auch noch am Start, Leute. Handyhüllen. Orange, blau, rot und grün auch am Start. Und gratis Autogramm-Karte. Gibt es auch noch dazu. Checkt es aus, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich freuen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal ohne rein. Und ciao.